Also natürlich gibt es diese klassischen Pflanzzeiten im Frühjahr und im Herbst, aber gegen eine Sommerpflanzung spricht eigentlich überhaupt nichts, wenn man darauf achtet, dass man Containerware benutzt. Und Containerware sind einfach ganz stupide Pflanzen im Topf, die dann natürlich auch in der Sommerperiode super anwachsen. Untertitelung des ZDF, 2020